Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ganz kurze, kleines bisschen Survival-Food, weil da wird auch immer gerne nachgefragt, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine leckere, essbare Wurzel. Roh, nicht zu empfehlen, gekocht hingegen durchaus verzehrbar. Und wo hängt die dran? Am Löwenzahn. Also woran man einem Löwenzahn erkennt mit diesen charakteristischen Blättern. Ich glaube, das muss ich jetzt wirklich niemandem erzählen. Es gibt durchaus verschiedene Arten von Löwenzähnen, die man so finden kann in der Landschaft, aber die sind alle mehr oder weniger stark miteinander verwandt und haben alle eben die Eigenschaft, dass ihre Inhaltsstoffe ziemlich identisch sind und sie haben ebenfalls alle eine bis zu zwei Meter, in ganz seltenen Ausnahmefällen, lange Speicherwurz. Leider ist da so gesehen erstmal kein Stärke drin, sondern Inulin. Kalorien, das ist ein Zuckerderivat, das wir so jetzt erstmal nur in kleineren Mengen vertragen, sage ich jetzt mal. Aber wenn man das kocht, wird das so weit aufgeschlossen, dass wir es im Magen dann ganz gut als Zucker zersetzen können. Das schmeckt dann daher immer noch nicht unbedingt süß, aber gibt Kalorien. Gibt sogar, wenn man in der Lage ist, viele Löwenzähne mit solchen Wurzeln auszubuddeln, das setzt entsprechend gute Böden voraus, wo man die Wurzel gut rausbekommt, dann ist das eine sehr valide Nahrungsquelle, die einem auch wirklich vergleichsweise viele Kalorien liefern kann. Und wenn man tatsächlich eine Stelle gefunden hat, wo man eben solche Wurzeln problemlos rausbekommt, mit geringerem Aufwand, dann ist auch das Kalorien-Bekommen-zu-Kalorien-Ausgeben-Verhältnis ein positives. Viele, zwar kalorienliefernde Wildpflanzen, sind so mühsam zu sammeln, dass die Kraft bzw. die Zeit, die man benötigt und den Aufwand, um an die Dinger ranzukommen, gar nicht unbedingt die paar Kalorien, die man dann letztendlich davon bekommt, wert ist. Und da ist Löwenzahn eben eine löbliche Ausnahme, wenn man so eine Wurzel rausbekommt. Wenn man den einfach ausreißt aus einem Standardboden, sage ich jetzt mal, irgendeinem schönen, normalen, so ein bisschen am Ackerrand gelegenen Boden, dann kriegst du vielleicht so viel Wurzel und dann kannst du schon glücklich und zufrieden sein. Viel interessanter wird dann eben dieser lange, lange, lange Teil der Wurzel, der besteht, wie man hier vielleicht erahnen kann, wenn er das scharf stellen würde. In der Mitte ist so ein weißer Kern und in diesem weißen Kern, der hier eben, ich sage mal, 80% vom Durchmesser dieser unteren Wurzel ausmacht, da steckt eben dieses Inulin drin und da sitzen die für uns verwertbaren Kalorien nochmal, ich möchte betonen, am besten gekocht. Die chemisch etwas bewanderten von uns erkennen gleich, dass Inulin aus einer Kette von Zuckern besteht, diese drei ähnlich aussehenden Bausteine hier. Das sind alles Zuckermoleküle und die sind eben kompliziert miteinander verknüpft. Das macht das Ding ein bisschen schwieriger abzubauen, als viele andere Zucker. Und sagen wir mal so, unser Darm braucht da etwas Übung, um das vernünftig aufnehmen zu können. Der ist da außer Übung, je mehr man sich von, sag ich mal, Toastbrot, Burger und Pommes ernährt. Je mehr man zum Beispiel sich vegan und mit Rohkost ernährt, desto eher dürfte die jeweilige Darmflora schon in der Lage sein, das Zeug ganz gut umsetzen, beziehungsweise zersetzen zu können. Und dann ist das auch eine valide Nahrung. Inulin kommt zum Beispiel auch in Pastinaken oder Topinambur vor. Wer das jeweils gerne isst und auch ein bisschen häufiger isst, der wird dann auch keine Schwierigkeit haben, gekochte Löwenzahnwurzel oder gebraten, das geht auch, entsprechend zersetzen und umsetzen zu können. Und dann ist es erst recht eine valide Notnahrung für den in Not geratenen. So, was kann man damit noch anstellen? Man kann den auch rösten, insbesondere die Wurzel klein schnibbeln, rösten als Kaffeeersatz. Im Krieg war es Kaffeeersatz. Heute wäre es wahrscheinlich trendiger Löwenzahn-Kaffee, total der hippe Green Food Style Stuff, was weiß ich. Da wird man garantiert irgendwelche Leute finden, die dem solche oder ähnliche Namen geben. Und das hat natürlich mit Kaffee im Sinne von da ist Koffein drin, nichts zu tun. Das ist halt einfach ein bitterschmeckendes Röstgetränk, wird dann auch relativ braun, je nachdem wie lang man das Zeug röstet und kann einem das Gefühl von Kaffee, also das Gefühl von Kaffeegeschmack, so ein kleines bisschen ersetzen. Daher im Krieg eben auch Kaffeeersatz gewesen. So, dann ist beim Löwenzahn übrigens auch die Blätter essbar. Die alten Blätter schmecken nicht mehr, die jungen Blätter dürfen durchaus als Salat gegessen werden, wer da Spaß dran hat. Allerdings, die Blätter sind natürlich nicht besonders kalorienhaltig, weil die bestehen im Wesentlichen aus Zellulose. Zellulose kann unser Magen-Darm-Trakt nicht verdauen beziehungsweise nicht zersetzen und damit können wir daraus keine Kalorien ziehen. Ein paar Vitamine, ja, ein paar Antioxidantien, ja, und diverse andere Flavinoide unter anderem, die im Löwenzahn drin sind, können wir auf diesem Wege auch zu uns nehmen. Wirklich giftig ist davon nichts. Zur Heilwirkung empfiehlt der Apotheker Parloff in seinem großen Buch der Heilpflanzen, dass man den Löwenzahn insbesondere als Kur, Frühjahrs- oder Herbstkur verwenden soll und eben die getrocknete Pflanze inklusive Wurzel sich als Tee aufgießen und davon einen Becher täglich zu sich nehmen, über vier bis sechs Wochen, damit dann eben entsprechend die Niere und die Leber angeregt wird und ihre Funktion besser ausführen kann. Und das soll dann eben entsprechend eine allgemein befinden, fördernde Wirkung haben. Generell kann man vielleicht sagen, dass diverse Inhaltsstoffe des Löwenzahns die Leber in ihrer Aufgabe unterstützen. Das ist bei der Niere wohl mit ein bisschen Einschränkung auch so. Neuere Studien gehen in Richtung, dass man guckt, ob man nicht mit Löwenzahn eventuell sogar Krebs zumindest etwas einschränken könnte, weil er eben in gewisser Weise die Zellteilung von eben karzinogenen Zellen ein wenig beeinträchtigen kann. Aber da muss man vorsichtig sein und selbstverständlich immer erst mal zum Arzt rennen, insbesondere wenn man Krebs hat und nicht einfach nur Löwenzahn-Tee trinken und denken, damit würde man sich jetzt heilen können. Aber das ist es im Wesentlichen. Näheres dazu ist dann bei einschlägigen Stellen noch nachzulesen. Ja, und wo buddelt man jetzt eben so Wein aus? Das ist eine typische Ruderalpflanze. Ruderalpflanze heißt, die kommt in unseren Hinterlassenschaften sozusagen vor. Es soll jetzt nicht heißen, dass die besonders auf Klo und Ähnlichem über Hinterlassenschaften wächst, sondern mehr auf Schutthaufen. Also wenn irgendwo eine Baustelle ist und nebendran gibt es einen großen Schutthaufen, also Schutt oder halt eben Oderboden, der abgehoben wurde, oder wenn man ein großes Loch gebuddelt hat und nebendran hat man ein Häuflein gemacht, dann wächst der Löwenzahn, wenn eben seine Samen da ankommen, was ja nicht weiter schwierig ist durch diesen lustigen Fallschirm, den die ja haben, mit dem sie ja pusteblumenmäßig unterwegs sind, dann wächst er auf sowas, wenn der Boden sehr locker ist, eben entsprechend auch nur locker verankert in dem Boden. Und wenn man dann eine ältere, größere Pflanze findet, die also wirklich so einen Büschel darstellt, wichtig, nicht versuchen hier irgendwelche kleinen drei, vier Blättchen Löwenzähne rauszuziehen, die haben nur eine winzige Wurzel, da kriegst du nichts von. Das ist Energieverschwendung. Man muss wirklich nach den schönen Großen suchen und unter den schönen Großen Büscheln da dann halt eben ein bisschen die Erde auflockern und dann halt hoffen, dass der Ort, wo man gesucht hat, ohnehin schon eine locker genuge Bodenstruktur hat, dass man dann solche Wurzeln da wirklich rausziehen kann. Und zwar einfach wirklich zack rausziehen und dann kommt die so weit auch raus. Wie gesagt, oben vielleicht ein kleines bisschen auflockern, das langt dann schon. Warum? Weil, wenn du extra das Ding erst groß ausgräfst mit der Spitzhacke und mit der Schaufel und so weiter und so fort, dann brauchst du eben wieder mehr Energie, als dir so eine Wurzel liefern kann. Das Schöne ist, dass Löwenzahn quasi in Gesamteuropa vorkommt, im Süden wie ein Stückchen weit noch in den Norden, allerdings als Ruderalpflanze eben auf, besondere Schutthäufen, Wegränder, Brachflächen, Ackerränder und solche Sachen angewiesen, findet man die nicht in intakten, natürlichen Ökosystemen. Soll heißen, mitten im Wald, in einem urwaldartigen Bestand, wird ein Löwenzahn eher nicht zu finden sein. Und für diejenigen, die es interessiert, in Schweden an irgendwelchen Seen, wo sich möglicherweise sieben Leute aussetzen lassen wollen, da ist die Chance, dass da viel Löwenzahn rumsteht, auch ziemlich gering. Das habe ich nämlich jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass man davon ausgeht, dass man da was weiß ich wie viel Löwenzahn ernten kann. Unwahrscheinlich, ja, nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, ja. Mehr fällt mir zu dem Ding nicht ein. Ich hoffe, das verbringt euch in irgendeiner Form ein bisschen weiter. Und das ist schon einer der Rekordexemplare, die ich bisher so gesehen habe. Also theoretisch kann die Wurzel noch länger sein. Die ist auch unten abgerissen, wohlgemerkt. Also die war noch länger, aber irgendwann kriegt man sie halt nicht mehr raus. Da ist dann schon Schluss. So, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.